Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Spielhauswachteln. Wie ich gestern einigen Kommentatoren schon gesagt habe, wird es heute ein Video über die Einrichtung, die ich mir schon vorgestellt habe, geben. Hier sieht man die Pinienrinde. Die kommt da dann weg, wenn hier der Etagenstall für meine Zuchtwachteln ist. Und die kommt dann hier runter. Von der einen Seite des Stalls bis zur anderen. Hier wird dann sozusagen eine Waldebene sein. Und hier, wo ich gerade stehe, wenn man aus der Türe reinkommt, kommt da ein Futterspender hin, wo die Wachtel hier sitzt. Und da so wie jetzt ein Trinkenspender. Hier kommt man raus und da wird es dann einen Stall geben, wie bei Luca Wachtel. Den Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier kommt ein Loch in das Fenster, wo die Wachteln in das Außengehege können, meine Zuchtwachteln auf der Etage. Das Fenster ist hier 45 cm hoch und somit sollte es kein Problem geben, damit sie an die Decke fliegen. Hier kommt man auf die Außenseite. Das schaut dann so aus. Wenn ihr bei der Verbesserung des Wachtelstalls dabei sein wollt, würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das war es jetzt hier von meinem kleinen Video und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.